Drohnen sind nicht erst ein Zukunftsthema, Drohnen sind bereits Realität. Aber Drohne ist nicht gleich Drohne und angehende Drohnenpilotinnen und Piloten sollten sich im Vorfeld intensiv mit ihrem neuen Gerät und dem geltenden Regulativ auseinandersetzen. Um das sichere Fliegen von Drohnen im österreichischen Luftraum zu ermöglichen, wird der Betrieb von Drohnen je nach Risiko in drei Kategorien eingeordnet. Open, Specific oder Certified. In diesem Video geben wir Ihnen einen Überblick für Ihren Drohnenflug in der Kategorie Open. In der Betriebskategorie Open finden Flüge mit geringem Risiko statt. Daher ist auch keine Bewilligung seitens Ausdruckkontroll erforderlich. Vor dem ersten Flug ist es aber notwendig, die Registrierung als Betreiberin oder Betreiber auf www.dronespace durchzuführen. Für Piloten und Pilotinnen mit Drohnen über 250 Gramm ist außerdem der sogenannte Drohnenführerschein verpflichtend zu absolvieren. Alle Informationen finden Sie dazu ebenfalls auf unserer Seite www.dronespace.at. Generell kann festgehalten werden, dass in der Kategorie Open bis zu einer Flughöhe von 120 Metern geflogen werden darf, solange die Drohne unter 25 Kilo wiegt und sich in direkter Sichtverbindung zur Pilotin oder zum Piloten befindet. Bitte beachten Sie zudem, dass weder das Abwerfen von Objekten erlaubt ist, noch der Transport von Gefahrgut. In manchen Gebieten, beispielsweise Flugbeschränkungsgebieten, kann es notwendig sein, vor dem geplanten Flug eine eigene Bewilligung einzuholen. Punktgenaue und standortbezogene Informationen dazu, wo geflogen werden darf, wo nicht oder wo gesonderte Bewilligungen einzuholen sind, liefert die Ausdruckkontroll Drohnen-App DroneSpace und die ist in den jeweiligen App-Stores für iOS und Android kostenlos erhältlich. Drohnenbetreiberinnen und Betreiber können ab dem 01.01.2024 durch die verpflichtende CE-Kennzeichnung, die die technischen Mindestanforderungen für Drohnen in der Open-Kategorie darlegt, künftig auf einen Blick feststellen, in welchen Kategorien die Drohnen betrieben werden können. Derzeit sind die gekennzeichneten Drohnen noch nicht am Markt erhältlich. Es gibt Übergangsregelungen, auf die kommen wir später noch zurück. Was die CE-Kennzeichnung betrifft, ist es so, ob ein Gerät die neuen CE-Richtlinien erfüllt, können Sie künftig an der Verpackung und an der Drohne selbst feststellen. Hier muss das neue CE-Klassenkennzeichen mit der entsprechenden Klassennummer 0, 1, 2, 3 oder 4 angebracht sein. Was genau das für Ihren Drohnenbetrieb bedeuten wird, erklären wir Ihnen nachfolgend. Die Kategorie Open ist in drei Unterkategorien aufgeteilt. A1, A2 und A3. In der Unterkategorie A1 für Drohnen bis 900 Gramm kann nahe an unbeteiligten Personen geflogen werden. In der Unterkategorie A2 für Drohnen bis 4 Kilogramm muss ein Mindestabstand zu unbeteiligten Personen eingehalten werden. Und in der Unterkategorie A3 für Drohnen bis 25 Kilogramm darf die Drohne nur dort betrieben werden, wo sich keine unbeteiligten Personen aufhalten. Außerdem muss ein Abstand von 150 Metern zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Freizeitgebieten eingehalten werden. Alle Anforderungen, die Sie in der jeweiligen Unterkategorie einhalten müssen, haben wir für Sie auf den folgenden Folien zusammengefasst. Kategorie A1C0 ist für Drohnen mit geringem Gewicht bis 250 Gramm vorgesehen. Hier müssen die Piloten und Pilotinnen sich lediglich mit dem Betriebshandbuch vertraut gemacht haben und müssen bei ihren Flügen darauf achten, dass Menschenansammlungen nicht überflogen werden. Das Überfliegen von einzelnen unbeteiligten Personen ist erlaubt, solange es hier zu keiner Gefährdung kommen kann. Das auf dieser Drohne angegebene CE-Klassenkennzeichen ist Null. Ebenfalls angesiedelt sind im Bereich A1 auch Drohnen mit einem maximalen Abfluggewicht bis 900 Gramm. Diese können in der Kategorie A1C1 betrieb werden. Die Piloten und Pilotinnen müssen hier den auf www.dronespace.at kostenlos verfügbaren Online-Test, den sogenannten Drohnenführerschein absolvieren und zudem bei ihren Flügen Menschenansammlungen und unbeteiligte Personen meiden. Das auf dieser Drohne angegebene CE-Klassenkennzeichen ist 1. Die Unterkategorie A2 beinhaltet Drohnen der Klasse C2, also Drohnen, die maximal bis zu 4 Kilogramm wiegen. Drohnenpiloten müssen für Flüge in dieser Kategorie zusätzlich zu dem vorhin erwähnten Online-Test auch den A2-Kompetenznachweis im Zuge der A2-Prüfung bei Ausdruckkontroll abgelegt haben. Flüge in dieser Kategorie sehen ebenfalls vor, dass weder Menschenansammlungen noch unbeteiligte Personen überflogen werden. Zusätzlich dazu muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 30 Metern zu unbeteiligten Personen eingehalten werden. Für die Piloten und Pilotinnen ist ebenfalls relevant, dass hier die 1 zu 1 Regel anzuwenden ist. Das bedeutet, dass die Flughöhe gleich dem horizontalen Abstand zu unbeteiligten Personen sein muss. Das auf dieser Drohne angegebene CE-Klassenkennzeichen ist 2. Der Kategorie A3 sind die Drohnen unter 25 Kilogramm zugeordnet, das heißt Drohnen der Klasse C3 und C4, aber auch der Klasse C2 können in dieser Kategorie betrieben werden. Die Pilotinnen und Piloten müssen hier ebenfalls den auf www.dronespace.at kostenlos verfügbaren Online-Test absolvieren. Diese Kategorie sieht vor, dass sich keine unbeteiligten Personen im Flugbereich befinden dürfen. Zusätzlich dazu ist ein Mindestabstand von 150 Metern zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten einzuhalten. Das auf dieser Drohne angegebene CE-Klassenkennzeichen kann 2, 3 oder 4 sein. Ab Jänner 2024 kann in den Unterkategorien der Kategorie Open nur dann geflogen werden, wenn die Drohne über eine CE-Kennzeichnung verfügt. Diese Klassenkennzeichen von C0 bis C4 in der Kategorie Open stellen technische Anforderungen an die Drohne dar. Derzeit sind die gekennzeichneten Drohnen noch nicht am Markt erhältlich. Es gibt daher Übergangsregelungen, nach denen bis Ende 2023 auch Geräte ohne CE-Kennzeichnung verwendet werden können. In der Kategorie A1 dürfen bis dahin auch Drohnen ohne CE-Kennzeichnung unter 500 Gramm betrieben werden, solange die übrigen Voraussetzungen der Kategorie A1 eingehalten werden. Drohnen unter 2 Kilogramm können während des Übergangs analog zu den Voraussetzungen der Kategorie A2 genutzt werden, lediglich der Mindestabstand zu unbeteiligten Personen erhöht sich auf 50 Meter. Drohnen unter 25 Kilogramm dürfen unter Einhaltung der übrigen Voraussetzungen in der Kategorie A3 betrieben werden. Und wenn Sie sich fragen, was passiert mit Drohnen ohne CE-Kennzeichnung nach Ende der Übergangsfrist Anfang 2024? Danach gibt es ein gesetzliches Grandfathering. Das bedeutet Drohnen ohne CE-Kennzeichnung dürfen auch weiterhin verwendet werden, nämlich unter 250 Gramm in der Unterkategorie A1 und alles darüber bis 25 Kilogramm in der Unterkategorie A3. Für die CE-Klassifizierung ist der Hersteller verantwortlich, der diese Kennzeichnung auch an der Drohne und an der Verpackung anbringen muss. Ob aktuelle Geräte nachklassifiziert werden, ist ebenfalls vom Hersteller abhängig. Wer ist nun eine unbeteiligte Person? Unbeteiligte Personen sind nicht am Drohnenbetrieb beteiligt und kennen daher die Anweisungen und Sicherheitsvorschriften vom Betreiber nicht. Das heißt, beteiligte Personen haben dem Betreiber explizit Zustimmung gegeben, am Betrieb teilzunehmen und durch den Betreiber auch Sicherheitsanweisungen bekommen. Daher gilt, beteiligt ist nur jemand, der sich frei dazu entschieden hat, Teil des Betriebs zu sein und die Risiken, die damit verbunden sind, verstanden hat sowie auch die Sicherheitshinweise und Anweisungen befolgt. Der Hinweis auf einer Eintrittskarte, dass bei einem Event Drohnenflüge stattfinden werden, macht sie daher nicht zu einer beteiligten Person. In der Kategorie Open ist als Grenze eine Flughöhe von 120 Metern festgelegt. Bei manchen Flugmanövern würde nun diese Höhe zum Beispiel aufgrund der Bodenbeschaffenheit überschritten werden und dem folgend der Flug in die Kategorie Specific fallen. Um Kategorie Open-Nutzern und Nutzerinnen die maximalen Möglichkeiten bieten zu können, wurde eine Besonderheit für diese Flüge vorgesehen. Die geforderten 120 Meter werden übergrund gemessen. Der nächste Punkt des Geländes wird daher zur Berechnung herangezogen. Bei Hindernissen dürften die vorgegebenen 120 Meter überschritten werden bis maximal 15 Meter über das Hindernis. Voraussetzung ist hier jedoch die Einwilligung des Eigentümers oder der Eigentümerin. Wie bereits bei den unterschiedlichen Kategorien angesprochen, gibt es verschiedene Kompetenznachweise für Drohnenpiloten. Für Flüge in der Kategorie A1 und A3 ist die unter www.dronespace.at kostenlos verfügbare Online-Prüfung zu absolvieren. Alle Pilotinnen und Piloten mit einer Drohne über 250 Gramm müssen diese Prüfung ablegen. Die Prüfung umfasst 40 Multiple-Choice-Fragen aus verschiedenen Themengebieten. Im Zuge der Prüfung müssen 75% der Fragen korrekt beantwortet werden. Für Flüge in der Unterkategorie A2 sind zusätzlich zum Drohnenführerschein noch eigenständige praktische Flugübungen durchzuführen. Ebenfalls notwendig, um dieses Zertifikat zu erlangen, ist die Vor-Ort-Theorie-Prüfung bei Austro-Control, die 30 Multiple-Choice-Fragen umfasst. Was muss daher vor dem Drohnenflug beachtet werden? Der Betreiber oder die Betreiberin muss im ersten Schritt eine Versicherung für die Drohnen abschließen, die mindestens 750.000 Sonderziehungsrechte abdeckt. Danach ist die Registrierung unter www.dronespace.at durchzuführen. Im Anschluss muss die vergebene Registrierungsnummer händisch auf die Drohnen angebracht werden. Hier empfiehlt sich das Verwenden eines wasserfesten Stiftes. Der Betreiber oder die Betreiberin sind ebenfalls dafür verantwortlich, dass nur Drohnenpiloten und Pilotinnen mit der ausreichenden Qualifikation bzw. Kompetenz die Drohne steuern. Zudem empfiehlt es sich, Verfahren, die an den Flug und das Risiko angepasst sind, auszuarbeiten. Der Betreiber oder die Betreiberin müssen zu jeder Zeit wissen, wann, wo und wer die Drohne genutzt hat. Daher müssen Betriebsaufzeichnungen über die Flüge geführt werden und es muss vermerkt werden, wer verantwortlicher Pilot oder verantwortliche Pilotin war. Auch die Drohnenpiloten selbst müssen beim Steuern der Drohne einiges beachten. So müssen die Pilotinnen und Piloten sich mit dem Regulativ vertraut gemacht haben, geografische Zonen und ihre Besonderheiten müssen überprüft werden. Weiters muss sich die Pilotin oder der Pilot mit der Flugumgebung vertraut machen, also z.B. die Wetterbedingungen überprüfen. Die Flugtauglichkeit der Drohne muss zu jeder Zeit sichergestellt sein. Pilot und Pilotin müssen flugtauglich sein, dürfen nicht unter Einfluss von psychoaktiven Substanzen wie z.B. Alkohol stehen. Ein stetiger direkter Sichtkontakt zur Drohne muss jederzeit gewährleistet werden und zusätzlich dazu muss auch der Luftraum stets kontrolliert werden. Sollte der Pilot oder die Pilotin eine Gefahr für andere Luftfahrzeuge oder Personen erkennen, ist der Betrieb sofort zu unterbrechen. Ebenfalls dürfen Drohnenpilot oder Drohnenpilotin nicht an Gebiete heranfliegen, in denen ein Notfalleinsatz stattfindet. Bei FPV-Flügen, wo der Flug über ein Display verfolgt wird, ist ein zusätzlicher Beobachter oder eine zusätzliche Beobachterin notwendig. Werden all diese Punkte beachtet, dann steht einem sicheren Drohnenflug nichts mehr im Weg. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann schicken Sie uns gerne ein E-Mail an dronespace at ausdruckkontroll.at. Viel Freude beim sicheren Flug mit Ihrer Drohne.